Was ist die Schwerpunktforschungsthemen des Management-Tools? Also eines der Schwerpunktforschungsthemen ist Management-Tools. Das ist eine ganze Bandbreite an Tools, von angefangen computerbasierten Tools zur Planung und Koordination von Arbeitsaufgaben in Organisationen bis hin zu strategischen Tools, also zu der Idee, wie wir denn Organisationen und Unternehmen ausrichten in die Zukunft. Naja, es gibt so eine große Frage, die immer im Raum steht, nämlich A fool with a tool is still a fool. Also die große Frage, machen uns Tools intelligenter, effizienter, schneller, effektiver oder muss dann doch noch der intelligente Anwender ran, sodass die Hilfsmittel, Instrumente, die man einsetzt, auch wirklich intelligent eingesetzt werden. Das ist unterschiedlich. Es gibt einen Fokuspartner in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität. Dort gibt es ein Forschungsprojekt mit dem Bundeswehrkrankenhaus. Es gibt aber, wenn es Richtung strategischer Management-Tools gibt, eine ganze Reihe von Beratungen, McKinsey, Roland Berger und dann aber auch Kunden, die mit solchen Management-Tools von Beratern eingesetzt arbeiten müssen, mit denen ich zusammen arbeite. Also die ersten Publikationen sind schon gelaufen. Die ersten Konferenzbeiträge sind schon seit einigen Jahren abgeleistet. Es gibt aber immer wieder neue Publikationen in Fachzeitschriften und auf nationalen und internationalen Konferenzen.